wollte irgendwie, ähm, ich kann ja drauf. Ich weiß. Was willst du denn? Der wollte irgendwie Mittelman oder so, ne? Schneemann. Schneemann. Snowman. Ist jetzt mein Mittelman? Jo. Viertes Gs. Will Gs verkaufen. Ah, okay. Okay. Von wem? Habe noch recht auf dein Gs. Also. Wohin? Was soll ich? Katalyst. PH. Mein erstes. Okay. Ich sag dir, wann du ihm das Gs geben kannst. Ähm. Wer übernimmt die Provi? Und wer ist dein Handelspartner? Hier ist ja noch keiner. Wer ist der Käufer? Hier ist ja noch keiner. Wie viel kriegst du denn? 950. Übernehme ich. Okay. Ziehe ich dann von der Kaufsumme ab. So. Wer ist der Käufer? Hier fehlt noch jemand für den Handel. Wenn. Naja. Alleine kann man nicht handeln. Kreise. Ah, hier. Message. Du willst das Gs für 1500 Dollar kaufen? Dann überweist mir. Okay. Message. Cut. Da ist. Er hat mir 9400 gegeben. Wenn einer noch Banner hat, die er nicht braucht. Ich brauche noch ziemlich viele. Das Gs. Message. Message. Er gibt dir jetzt das Gs. Also. Message. Message. Kreise. Du bist nun Besitzer. Alles. Okay. Ups. Caps. Sorry. So. So. Slash. P. Katalyst. So. Und das sind dann, äh, 8460. 8460. 8460. Das müsste. Genau. Message. Message. Katalyst. Alles gut. So. Boah. Das wird so krass aussehen. Was ihr hier vorhaben. Das wird hier nochmal Brot verschenkt. Jo. Danke. Kann ich sogar gebrochen. Na denn. so. So.